so warte mal hier so naja halbwegs rein was heißt rein und ja mal alle einwohner umgebracht notiz eines widerstandskämpfers lebendig kriegt ihr mich nicht hier wieder wiederwärtigen regime bastarde wenn es eine hölle gibt werdet ihr bis in alle ewigkeiten und satans feuer schmoren ihr miesen arschlöcher leckt mich doch die auf der notiz sind große blutplex zu sehen ich glaube dies der der da liegt oder der hier ja das regime ich bin froh dass es damals doch anders gekommen ist sagen das so ich bin froh dass es damals anders gekommen ist und nicht eine gewisse andere person an die macht gekommen ist und ist jetzt natürlich doch doch komplett abwerbend hier liegt noch was da liegt noch was liegt sonst ist ja nichts großartig mehr hier haben wir noch ein konzept art 9 er brennt alles hier ist noch eine karte statt karte aber ich muss aber ich muss aber ich muss muss da vorne hin mauer von new orleans fertiggestellt washington 5 mai 1952 nach einer glomerösen einweihungszirmenie wurde gestern die mauer von new orleans offiziell eröffnet viele berühmte generäle promenierte und minister des regimes befanden sich im publikum diese mauer dient zum schutz der bürger der amerikanischen gebiete verkündete der leitende architekt sebastian williamson während seiner einweihungsrede die das publikum mit stirn im applaus begrüße um das virus des terrors und der niedertracht von der öffentlichkeit fernzuhalten damit jeder damit damit jedermann friedlich sein leben leben kann in dem wissen dass wir für uns und dass wir für uns und und gemanien eine bessere zukunft aufbauen naja ich weiß ja nicht ob das hier so viel besser ist ihr nennt billy terrible die als massenmörder aber macht doch selber naja ich will mich gar nicht aufregen wenn ich ehrlich bin warte mal wo kommt ihr denn jetzt her warte mal was war das denn jetzt für eine aktion wo kommt ihr denn jetzt her hä ich soll da rein bevor wir da rein gehen wir erstmal woanders hä was haben die sich denn jetzt dabei gedacht das wird bestimmt lustig ja ist doch ein haus hier geht es doch rein warte mal wie komme ich hier rein in das eine gebäude hätte ich da hier oben lang gehen müssen vielleicht also hier vom balkon zu balkon springen oder irgendwas dergleichen meinst du weiß ich nicht hier komme ich doch reinkommen hier ist eine tür zum reingehen ach egal keine ahnung wo das ist wo ich jetzt da rein kommen sehe ich gerade nicht wissen da hinten rein ja genau ich habe keine ahnung wie ich jetzt da rein kommen ist ein bisschen schade ich muss da oben fahren aus der tür ah ich bin hier wieder ja ja die bürsche meinst du oder dient es nur für euch selber munition ist immer schön aber wo bin ich denn jetzt hier gelandet und ich habe ein bisschen angst hier ans wasser zu springen wenn ich ehrlich bin ich habe keine lust dass mir einfach random ein alligator angreift ach komm ist doch was rein hier bewähren wir ich kann die tragödie nicht rückgängig machen aber die verantwortlichen bestrafen das hast du sehr gut erkannt von mir könnte ganz gerne alle sterben weil hier sind für mich keine menschen abkürzung durch dieses gebäude das klingt gut aber bevor ich da durchgehe erst mal wie immer nachgucken ne hoffentlich nichts vergessen die ist das ananas man kennt sich anders aber das ist doch nicht für sowas hier oder das ist wie das laser blühen blühen gedöhnt aber ich habe so es ist immer falsch egal wir wollen wir wollen eh hier durch aber wie es hier weitergeht würde ich sagen wenn man gleich noch nach dem video den pause sehen so ich werde mich beeilen mich bin in fünf minuten da gut dann bist du gleich das hat noch durchspiel das will ich euch noch schaffen das ist schön ich bin in fünf minuten Vielen Dank. 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 Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da vorne hätte ich noch eine andere Waffe, theoretisch. Ah, nice. Ja, wechsel mal deine Position. Warte, ich komme mal wieder zurück. So, nice. Hä, voll geil. Ich kann mal ein bisschen farm. Also farm im Sinne von... Oh, da war er. Tod. 165, nice. Hä, sehr geil. Wir müssen Munition wieder aufrüsten. Jo, wie viele hier liegen. Wie viele hier einfach rumliegen. Haben wir den Jima-Code aufgesammelt, der hier lag? Ich hoche einfach mal. Aber eigentlich wollte ich gar nicht die Waffe spielen. Ich wollte die Schruppel nochmal wieder spielen. Beim anderer Hand und dann die hier. So, die wollte ich mal ganz gerne wieder spielen. Munition immer gern gesehen. Danke. Ich soll da hinten hin, wo ich schon mal war. Okay. Gut, weil ich jetzt natürlich ganz woanders bin, ist natürlich eine ganz andere Sache. Naja. Ich hoffe, ich bin nicht gemutet. Wäre ein bisschen doof. Wir hätten hier auch komplett langschleichen können und alle im, äh, William-Style töten können. Aber nein, das wäre zu langweilig. Wie viel hier rumliegt, ne? Boah, Wendi, gibt's doch wieder bestimmt irgendwo irgendwas? Und hier hinten ist eine Sackgasse, oder was? Okay. Hier ist eine Sackgasse. Okay, dann können wir nur noch hier runter, wo der andere Dude kam. Wo soll ich denn hin? Ach, soll ich hier, ne? Okay. Bevor ich das tue... Wieso liegt ja so viel Rüstung und so viel Munition? Ah, ja. Liegt super viel... Okay, nochmal heiß. Nice, nice. Uh. Ja, sehr nice. Warte mal, gibt's ja noch mehr? Da ist eine Ratte. Wie komme ich denn da hin? Ich muss auf die andere Seite. Das hast du sehr gut... Vielleicht hilft mir der Brückenkran dort. Welcher Brückenkran? Ich hätte jetzt einfach eine Granate dahin geworfen, aber okay. Welcher Brückenkran, hä? Achso, du meinst da oben der Brückenkran. Okay. Gut, das ergibt vielleicht Sinn. Sonst hätte ich aber eine Granate hingeworfen und so probiert. Aber naja, dann probieren wir es einfach so. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht weiter. Wie komme ich denn hier rein? Ah ja. Wait, wie komme ich denn da hinten hin? Nein! Wie komme ich denn hier hoch? Hey, ich will da hin. Warte mal ganz kurz. Nein, warte mal. Ich will hier hoch, danke. Shit. Komm, dann kann ich auch klettern. Ja, genau. Das war mein Plan. Ähm. Komm ich hier vielleicht hoch oder so? Ja, 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 danke. Nein! Ich hätte es doch fast geschafft. Äh. Shit, wie komme ich jetzt da hoch? Ja. 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 Okay, aber wie komme ich jetzt so da hin? Indem ich vielleicht da hoch springe oder so? Nope. Okay, ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber irgendwie muss ich auch da rüber kommen. Ja, schön, dass da vorne ist eine Treppe. Die ist zu. Wenn das hinter dieser Wand ist. Oder komme ich hier einfach jedenfalls später hin und soll es einfach gar nicht probieren. Alter, wie groß ist denn dieses? Alter! Groß ist das? Dahin sind ja ganz viele verschiedene Sachen. Aber erstmal muss ich eh hier rein. Okay, weißt du was? Wir gucken, dass wir erstmal den Brückenkran jetzt bedienen. Und dann gegebenenfalls vielleicht weiterkommen. So, wie wollen wir das machen? Wir machen jetzt was anderes gucken noch. Ich glaube, der Ton ist jetzt okay. Wir haben es ein bisschen doofer nicht. Okay, das ist, das passt. Nice, er wurde neu berechnet. No way, das ist doof. Obwohl ich eigentlich schon fast fünf Stunden hier am Stream bin. Aber naja, ist okay. Gut, dann machen wir weiter. Oh je. Und der Brückenkran läuft. Warte mal, ich muss hier raus, ne? Danke. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Hä? Komme ich hier irgendwie da rein? Oh Gott, die ist... Licht, ne? Sieht einfach so an. Ah, hier. Was habe ich denn jetzt bewegt? Was bewege ich denn jetzt? Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber die Schwangerschaft macht mich ein bisschen... Naja. Aufgeregt. Wird sie das? Oh Gott, hören mich alle auf dieser Frequenz? Ja. Oh fuck. Ja? Max Hass. Wieso bekomme ich diese doofe Wand hier nicht kaputt? Oh fuck. Äh. Ups. Hä? Das ist ja doof. Warum bekomme ich diese Wand nicht kaputt? Machen wir kaputt den Mist hier. Den Lachs. Dankeschön. Bin ich hier hinter? Warte mal, was? Ah. Hallo Ratte. Verbesserungskid. Nice. Okay. Ich habe super viel verschwendet dafür, ne? Junge. Ähm. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Weil ich bin ja schon einmal hier hinten. Mh. Sieht jetzt nicht so noch aus. Junge, bin ich eh gut dabei. Gibt es hier noch irgendwas? Ah, nice. Handgranaten. Sehr schön. Eine Star-Karte. Ja, nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm. Aber. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah. Ja, das ist frech. Oh, das ist frech. Oh, das ist frech. Das ist frech. Das ist frech. Ja. Ja. Und dann, Das ist frech. Vielen Dank.